So meine Damen und Herren, und jetzt kommt mal ein Lied über Frauen. Hast du schon mal nachgedacht, hey, hast du schon mal nachgedacht, was Frauen machen jetzt alleine, wenn sie dann mal wieder so richtig einkaufen gehen? Und sie laufen die Regale ab, so richtig, hey, und sehen sie, dann liegen zwei schöne dann hier. Eingepackt in die Tüten, dann jetzt gleich. Werden zwei Gurken, hey, so lang und dick mal jetzt dann reich. Ja, man steckt sie ein in den Wagen dann. Und freut sich schon, was kann man machen mit ihnen dann? Warum nehmen immer mehr Frauen Gurken her? Wenn sie einkaufen gehen, dann, hey, ich denk, das ist ein Zeichen dann. Sie wollen mal wieder alles so richtig ran genommen. Werden dann von dir, sie wollen's bekommen. Und bist du dann nicht da? Hey, ist doch wunderbar. Dann hat sie doch bereits schon liegen. Hier, ne Gurke dann. Folie drüber dann. Und dann, hey, so, dann kommt das Gefühl und macht sie froh. Bei allen Frauen, die vernachlässigt werden, dann. Dann kaufen sie meistens für sich hier ne Gurke dann. Danach geht es ab, wenn du die Dusche, dann nimmt man die Dusche hier. Den Duschkopf jetzt so richtig voll aufgedreht, so richtig dann hier. Damit man auch nichts merkt, jetzt dann, hey, so richtig, richtig hier. Dann kommt die Frau auch auf jede Lüste, auch mal so richtig gelüste hier. Warum nehmen immer mehr Frauen dann zu sehr? Würden mit nach Hause eingepackt dann hier? Und dann, hey, so geht's nicht weiter dann. Jede Frau, sie will doch mal, hey, so richtig dann. Glücklich werden dann von ihr zu Haus, da unten auch. Weil eine Frau, die das so richtig braucht. Warum nimmt man eine Gurke dann? Hat man zu Hause, hey, dann einen Mann. So, meine Damen und Herren, das ist jetzt ein Spaßlied gewesen für alle Frauen. Und für die Männer als Erinnerung gedacht. Und für die Männer als Erinnerung ist,